Hallo und Servus zusammen und vielen Dank nochmal an alle da draußen, die gestern bei Videogames Music Live waren. An die Künstler, an den Produzenten, an die Macher, an alles und an jeden und vor allem natürlich an das Publikum, das mich gestern Abend, mich und meine Freundin, Edna ist gerade heute nicht da, zum Sieger gekürt hat, das Kostüm oder Cosplay Contest oder wie auch immer man es nennen will. Ich bedanke mich nochmal herzlichst bei euch. Es war ein super lustiger Abend und vielen Dank für alles. Was ich noch sagen wollte oder was mir besonders am Herzen liegt, es tut mir leid für die anderen, die nicht gewonnen haben, weil eure Kostüme waren einfach großartig, also wirklich großartig. Es ist unbeschreiblich, wie gut die aussahen. Viel besser als das von mir und meiner Freundin, aber ich glaube, wir hatten einfach die Lacher auf unserer Seite. Es tut mir einfach leid, aber so ist das Leben nun mal. Manchmal gewinnt man, manchmal verliert man. Ich hoffe, ihr habt nicht zu viele Probleme damit. Ja, sorry nochmal, aber vielen Dank, vielen, 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 vielen Dank nochmal an euch da draußen. Es hat super viel Spaß gemacht und vielleicht sieht man sich beim nächsten Event oder bei der nächsten großen Videogames-Live-Sache. Wir werden es sehen. Vielen Dank, bis dann. Ciao. Ciao.